Und was für ein Wein, das ist ein Saint-Million, Chateau Raibach. Voll in die Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zurück zu unserem schönen, warmen, heißen Medien- und Presse-Podcast. Voll in die Presse. Heute ist der heißeste Tag des Jahres bislang und wir sitzen aus Sicherheitsgründen im abgedunkelten Bunker des Herrn Sammer, den ich hiermit herzlich willkommen heiße. Ja, hallo, schön heiß draußen, stimmt. Hier ist es aber doch angenehm, oder? Hier ist es angenehm, genau. Riecht ein bisschen nach Frittenbude, aber das mögen wir ja so. Und natürlich der Grund für den Geruch, Prollo-Ferrari ist auch dabei. Immer eine Packung Pommes auf Tasche, hallo. Hallo. Ja, vielleicht ganz kurz zwei Dinge fürs Housekeeping. Erstmal eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir so abrupt in die ohnehin geplante Sommerpause entschwunden sind. Und das ist sozusagen meine Schuld, weil ich kurz vor dem eigentlich noch letzten Sendetermin, den wir uns vorgenommen hatten, die Seuche eingefangen habe, dann in den Urlaub gegangen bin, die Kollegen teilweise auch. Und jetzt sind wir wieder da, aber einer fehlt, Beef Rogers, den wir an der Stelle, weil der hat aus dem Urlaub gleich die Seuche mitgebracht. Also an der Stelle gute Besserung ins Beef Hole gegenüber. Das ist gar nicht so weit, vielleicht guckt er hier durch die Scheibe und ist neidisch, hat wir hier so treiben. Ja, Beef, gute Besserung. Hoffentlich hast du nicht irgendeine fiese Variante eingeschleppt. Ja, die Affenpocken-Covid-99. Kreuzung, Kreuzung. Das wäre jetzt unschön. Dann bist du raus. Ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns dann auf die nächste Runde. Da werde ich dann auch meinen Mitbringsel aus den USA kredenzen. Ich habe unter anderem das älteste Bier Amerikas eingekauft. Zumindest die älteste Biermarke. Also ihr könnt euch glücklich schätzen, dass das noch ein bisschen haltbar ist. Und für heute, weil wir immer hier auch so ein bisschen was anteasern wollten, habe ich eine Mischung aus Neues aus der Schokoladenfabrik und einem kleinen Fitness- und Lebenserwartungsquiz für meine Kollegen, das damit zusammenhängt, wie gut man auf einem Bein stehen kann. Das hört sich echt spannend an. Ich bin extrem gespannt. Also meine Idee ist, dass wir nachher hier richtig heiß über nackte Tatsachen diskutieren. Ach, das ist ja was Neues. Das ist ja ungewohnt Neues. Haben wir hier noch nie gemerkt. Da kommt gerade recht die Pornopolizei. Und die chinesische Pornopolizei kriegt jetzt neue Helme. Da erzähle ich euch gleich noch was drüber. Penishelme. Helme. Helme? Helme. Wieso hatten die bisher keine? Ja, neue kriegen sie. Aber jetzt nicht die 5000 von Frau Lambrecht. Helm ist Helm. Wer weiß. Also lasst euch überraschen. Wie immer total familienfreundliche Themen hier am Start. Aber wie gesagt, es gibt ja noch die Schokoladenfabrik. Ja, apropos familienfreundliche Themen. Ich gebe ja auch immer ganz gerne Feedback, so ich denn eins kriege von unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern, so heißt es ja. Hörenden. Zuhörenden. 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 Ja, da möchte ich gerade noch durchgeben von der Regina, die mir geschrieben hatte, dass sie zu der, war das unsere letzte Sendung, wo du von der Vulva Wellness berichtet hattest? Ja, ich glaube, danach bin ich dann schlagartig krank geworden. Ja, sie schrieb jedenfalls, sie brauchte dringend zwei Glas Rotwein, um diese Sendung zu Ende zu hören. Erstmal Wellnesswochenende eingelegt. Ich habe gerade gedacht, sie brauchte mehr Informationen von mir zu dem Thema, aber das war doch, das war ja wirklich Verbraucheraufklärung. Ja, die Verbraucheraufklärung ist halt, Aufklärung allgemein ist ja ein schwieriges Thema. Ja, ich wirklich, also ich meinte das ganz ernst, das war nicht reißerisch gemeint hier von wegen Sex sells oder so, darum ging es ja gar nicht, das war ja wirklich Nepper, Schlepper, Bauernferner. Ja, und wir wollten uns doch den Frauenthemen auch mehr widmen, das hast du doch damals so gesagt. Ja, das war mein klares Ziel als Frauenbeauftragter dieses Podcast. Und da ruft auch gleich die Mafia auf den Plan. Ja, schöner Pelz, schade, wenn ihm was zustoßen würde. Frank Drabin, alles grüßen. Ja, Pornopolizei, du hast es ja schon irgendwie angekündigt, ist das jetzt schon soweit oder wollen wir damit noch nicht? Wir fangen mal mit was Einfachem an. Andererseits aber vielleicht auch doch die schwerere Kost der beiden Themen. Die Tierrechtsorganisation PETA, wie spricht man die eigentlich aus? PETA, die hat Kritik an einem neuen Lego-Bauernhof-Set geübt, das auf dem Markt erhältlich ist. Das vermittle nämlich ein falsches, beziehungsweise realitätsfernes Bild von Landwirtschaft. Und ja, die Kritik kann ja durchaus berechtigt sein, denn auf dem Bauernhof, wie das so ist, Kinder-Lego-Set, Schweine, die sich im Schlamm suhlen, Kühe, die abgeduscht und massiert werden. Da habe ich mir jetzt tatsächlich innerlich allerdings an den Kopf gekratzt, was das für ein Set genau ist. Schafe, die geduldig aufs Scheren warten und die Landwirtin tuckert mit dem Traktor aus dem Stall. Nebenan noch ein Gewächshaus. Ja, und was meint er, warum ist denn das so schlimm? Erzähl nochmal, wie hat man sich das vorstellen, da ist ein Trecker? Ja, so ein Lego-Bausatz, also Bauernhof, ein paar Tiere, ein bisschen Gemüse. Und ich habe es ja letztendlich schon gesagt, das ist natürlich realitätsfern. Weil die Tiere nicht so gehalten werden, wie es da dargestellt wird. Richtig, und die armen Kinder, die müssen doch natürlich frühzeitig mit der Realität konfrontiert werden. Soll da die Bäuerin mit dem Bolzenschussgerät rumstehen? Ja, genau, mit der Knarre. Das ist doch nicht mehr ganz dicht. Ja, also Vorschlag, das Set umzubenennen in Lebenshof, ein Zuhause für geschundene Tiere aus der Landwirtschaft. Ja, ganz ehrlich, da kriege ich jetzt schon nach fünf Minuten eine dicke A da hier am Hals. Ja, dafür war es ja auch gedacht. Weil das ist doch wieder nur aufmerksamkeitsheischend. Ja, weil... Man kann ja auch sagen, wir erziehen die Kinder mit so einem Lego-Set, ja, ich bin jetzt nicht der Anwalt von Lego, zu einer besseren, tiergerechteren Landwirtschaft. Hätten die jetzt hier die Bäuerin oder den Bauern mit einem Bolzenschussgerät hingestellt und mit Massenschlachtanlagen und, was weiß ich, Gaskammer für die Schweine. Dann wäre ja auch der Aufschrei groß. Letztendlich schon. Oder so einen kleinen Kükenschredder noch zum Zusammenbauen. Genau. Aber man müsste doch eigentlich das Ganze nur von der anderen Seite betrachten und sagen, das ist eben in deinem Sinne, Ben, das ist der Biohof. Das ist der Gute. Ja, der Wohlfühlhof. Das sind die Guten. Und ich meine jetzt ganz ernsthaft, so einen Hof zu bauen, wo die Schweine irgendwie sich gegenseitig anknabbern, das als Lego irgendwie den Kindern zu schenken. Ich weiß nicht wirklich, ob das zielführend ist. Also du, ich bin ja Lego-Kunde und so eine Massentierhaltung, die musst du dir auch erst mal leisten können. Ja, so ein Set hat ja schnell mehrere tausend Teile. Das geht ja in die hunderte Euro. Ich bin auch total stinksauer, dass Lego dieses Superhelden-Set rausbringt. Das ist ja total lebensfremd. Gibt ja gar keine Superhelden. Ja. Die habe ich noch nie gesehen. Gibt es nur im Kino. Das ist ja gar nicht echt. Ja, gut. Und Harry Potter ist auch nur erfunden. Und was da alles noch gibt. Ja, also ich finde auch, Lego muss man eigentlich boykottieren. Ja, mindestens. Und sowieso gibt es doch keine Schweine aus so komischen Plastiksteinen. Gibt doch keine gelben Leute. Und trotzdem habe ich so ein Simpsons-Set, würde ich mal sagen. Nur Schweine. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und du hast aber bestimmt auch eine Simpsons-Zahnbürste. So aus dem DM. Der Homer-Bürstenkopf. Dir würde ich es zutrauen. Aber man muss ja wissen, der Prollo ist wirklich ein großer Simpsons-Fan. Und ihr könnt ihn mit zwei Sachen sehr glücklich machen. Exklusive Ärzte, Tickets und Simpsons-Devotionalien. Also ich wollte es nur mal gesagt haben. Ansonsten wahlweise auch gerne Duff-Bier. Hatten wir schon mal Duff-Bier hier in der Sendung? Ich meine, das mal irgendwo gekauft zu haben, es schmeckte aber ein bisschen scheiße. Ja, so weit kann man durchaus gehen. Lebensfreundlich. Es schmeckt etwas lebendfremdlich gar nicht wie echtes Bier. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, so. Wisst ihr Bescheid. Also, gibt es eigentlich was zu trinken? Ja, es gibt was zu trinken. Bevor du mit deiner exquisiten Sache anfängst, wollte ich, weil der Beef nicht dabei ist, habe ich ja das US-Bier noch im Kühlschrank gelassen. Das ist richtig geil durchgekühlt seit einer Woche, aber da bleibt es jetzt noch zwei Wochen. Und habe etwas anderes mitgebracht. Und man könnte sagen, das ist der, wie heißt das bei Otto, der Chateau? Chateau Raibach. Ja, Chateau Raibach. Merci beaucoup für ganz genau 9.876 Mark 50. Und fast so viel habe ich bezahlt für eine der letzten auf dem Markt erhältlichen Flaschen Chateau Vittel. Denn was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, und ich will hier auch keine Werbung, das ist nicht eins meiner bevorzugten Wässer, aber Vittel zieht sich aus dem Markt zurück, zumindest aus dem deutschen Markt. Und da habe ich noch eine der letzten schönen 1,5 Liter Plastik PET-A-Flaschen erstanden für euch mit einem großen V drauf. Und weil ja heute der heißeste Tag des Jahres ist, habe ich gedacht, das passt auch, wenn man so ja viel trinken soll. Und wir können ja schauen, ob daraus noch ein Chateau Raibach wird, wenn wir das jetzt hier in die Gläser schütten. Lass mich raten, jetzt weil das quasi eine historische Flasche ist, also historisch in dem Sinne, weil Vittel sich aus dem Markt zurückzieht, wirst du diese Flasche dann aufbewahren. Nee, ich mache das so wie der Otto. Ich würde die natürlich für 9.876,50 Mark in zwei Jahren verkaufen können bei Ebay. Ja, aber jetzt hast du sie ja angebrochen. Ja, weil ihr seid der Jopi Heesters quasi jetzt für mich in der Runde, mit dem er das ja säuft. Da ist ja so ein Edelpenner im Smoking, mit dem er die Flasche dann verkloppt. Und dann sagt er dem, oh, ein Chateau Raibach, der kostet ja 9.876,50 Mark. Als ich den Film als Zehnjähriger oder so geguckt habe, fand ich das sauwitzig. Überhaupt war das ein gutes Lebensalter für Autofilme im Allgemeinen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin wirklich, das war einer meiner, Bambi war der erste Kinofilm, dann kam, glaube ich, ich weiß nicht, Dschungelbuch war noch irgendwo. Und Otto war, glaube ich, so einer der ersten wirklich Realfilme, die ich geguckt habe. Da gibt es auch diese Szene, wo der am Ende aus der Kloschüssel so auftaucht, irgendwo im Ozean. Ich weiß es alles nicht mehr, aber er braucht jedenfalls immer diese 9.876,50 Mark. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Genau. Na gut, aber das nur als kleine Revitalisierung. Ich habe gesehen, der ominöse Nutri-Score von A, auch gesund also. Ja, super, oder? Da mache ich mich die Frage, was man mit Wasser anstellen muss, dass man da ein B oder gar C bekommt. Da reinpinkeln oder so. Ich habe ja jetzt hier mal gerade aus dem Schrank holt, weil der Ben von dem US-Bier sprach, dass er uns demnächst kredenzen will. Ich habe hier in meinem Schrank noch ein Bier. Das habe ich irgendwie, wann war das? Keine Ahnung. Wann hat mein Kumpel Mike in Las Vegas geheiratet? Der ist ja schon wieder geschieden. Der ist mittlerweile wieder geschieden. Meine Güte. Der Elvis-Imitator lebt wahrscheinlich schon nicht mehr, der auch dabei war. Also mindestens mal zehn Jahre. Also das war wahrscheinlich 2009, glaube ich. Da habe ich aus den USA mit nämlich auch Bier nach Hause geschmuggelt. Und ich wollte jetzt hier die Flasche nur mal gerade zeigen. Das ist ja so günstig, in einem Podcast etwas zu zeigen von Budweiser. Ich habe die mir aufgehoben. Ich finde die so geil. Jungs, habt ihr schon mal so eine geile Flasche gesehen? Beschreib mal. Ja, das ist, also das scheint eine Aluminiumflasche zu sein. Also wie so eine SICK-Flasche. Ja, oder diese Sodastream-Befüllflaschen. Rot, schraffiert so ein bisschen. Budweiser, Fett auf beiden Seiten drauf. 16 FLOZ, was immer das. Das dürften so auch 0,3 oder so sein. Und sieht sehr cool aus mit einem regulären Kronkorken obendrauf. Auch wenn da jetzt noch ein Schraubverschluss wäre, könntest du das glatt als Wasserflasche noch weiterverwenden. Aber es scheint ja Aluminium zu sein. Das ist besonders cool. Ja, denke ich auch. Aluminium und irgendwie, die sieht so cool aus, ich wollte es nie aufmachen. Das heißt, die ist jetzt noch original verschlossen. Ich habe noch eine zweite davon. Ich werde sie einfach zulassen. Sie sehen cool aus im Schrank und hier auf dem Tisch auch. Damit ihr ein bisschen was davon habt, werden wir sie einfach gleich mit aufs Foto packen. Die muss ja nicht auf sein dafür, dass wir sie hier fotografieren. Ist definitiv ansehnlicher als meine 1,5 Liter Vitell Flasche. Aber es ist halt die letzte, eine der letzten. Auf dem deutschen Markt wohlgemerkt. Ja, gut. Aber das wird sich schon noch regeln, wenn erstmal hier die Lieferkettenproblematik auf dem Wassermarkt richtig durchschlägt. Gibt nämlich demnächst nach den Glasflaschen vielleicht auch keine Plastikflaschen mehr. Kannst du mit dem Eimer einkaufen gehen. Genug gelabert. Wir sind ja hier, um über Presse zu reden. Da werfe ich mal gerade einen Blick auf den Hausherrn, ob der schon was loswerden will. Sonst könnte ich... Starte durch. Ja, gut. Gib Gas. Dann mache ich hier einen kleinen. Wir sind gerade in Amerika gewesen. Das passt. Ich war ja in Philly vor allem. Philadelphia. Und das liegt in welchem Bundesstaat, mein lieber Sammer? Du weißt doch sowas. Weiß ich sowas? Ja, dann muss man den Ami fragen. Hier, du hast Immobilien in den USA. Wo ist das? Wo ist das? Wer weiß es? Wer weiß es? Da oben. Rechts, Mitte. Es ist in Pennsylvania. Pennsylvania. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Habt ihr beide einhellig richtig beantwortet. Und in Pennsylvania gibt es in Elizabeth Town. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu nass. Ich wette in der Stadt haben fast alle Corona schon gehabt. Ja, wer weiß. Da gibt es eine Fabrik, die jeder Mensch kennt. Zumindest das Produkt. Und ich zeige euch mal nur das Foto. Das sieht einfach schön aus. Sieht schon so schön bunt und einladend aus. Was sieht man da? Die leckeren M&M's. Genau. Die leckeren M&M's werden da unter anderem hergestellt. Wahrscheinlich werden sie auch noch irgendwo anders auf der Welt hergestellt. Aber da ist jetzt was passiert, was ich irgendwie einfach nur lustig fand. Das ist ein kurzer Artikel. Und vielleicht auch so ein kleiner Kindheitstraum von mir ist. Da sind zwei Mitarbeiter, also zwei Fabrikarbeiter, haben da so ein bisschen Willy Wonka gespielt und sind, wie auch immer, in einen riesigen Tank voller Schokolade gefallen. Sind zum Glück nicht ertrunken. Aber sie waren dann da drin und man konnte sie auch nicht mehr rausholen, so ohne weiteres. Und dann kam die Feuerwehr und hat an die Seite von dem Tank ein großes Loch geschnitten oder in die Seite und hat die dann da wieder raus gerettet. Der eine wurde sogar mit dem Hubschrauber weggeflogen, der andere mit dem Auto. Ich konnte leider nicht recherchieren, was aus ihnen genau geworden ist. Also sie wurden gerettet, ja. Sie wurden gerettet. Sie sind nicht darin ertrunken. Man hat es sehr schnell gemerkt und konnte dann die, wie gesagt, die Feuerwehr holen, die das dann da aufgeschnitten haben. Vielleicht haben, ist es auch, weil das so dickflüssig ist, offensichtlich auch nicht so heiß, dass sie sofort da verstorben sind, konnten sie gerettet werden. Und das erzähle ich deswegen, weil eigentlich reden wir auch immer gerne über Bier. Und ich habe mal vor Jahren so eine ganz ähnliche Story gelesen aus England. Da ist ein Typ, das war irgendwie in so einem Artikel, wo es um dämliche Todesarten oder so ging, eins meiner Lieblingsthemen. Und da ist ein Typ in einer Bierfabrik, also in einer Brauerei, tatsächlich in einen Kessel gefallen. Dummerweise war das in der Nachtschicht, wo keiner da war, der aufgepasst hat. Und der ist dann in diesem Bierkessel, in diesem Bierfass, das war, glaube ich, kühles Bier auch, also fertiges Bier, ist der ertrunken. Und der Legende dieses Artikels nach hätten sie auf seinen Grabstein draufgeschrieben, at least he tried, das alles halt auszusaufen. Und ja, englischer Humor eben, aber diese Geschichte, die kam mir hier direkt wieder in den Sinn. Ja, und da stellt sich jetzt für mich aber doch die Frage, was ist der schönere Tod, in dem Bier zu ersaufen oder in der Schokolade? Boah, ich glaube, das gibt sich auf Dauer nichts. Ist erstmal beides lecker. Ja, ja, das stimmt, aber ich glaube, ertrinken ist generell scheiße, deswegen wahrscheinlich weder noch. Ja, aber natürlich kannst du so eine Bier-Story kannst du natürlich so im Freundeskreis besser vermarkten. Also insbesondere, wenn du es überlebst. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Vermarkten ist natürlich so eine Sache, wenn du dann unter der Erde liegst, kannst du deine Familie dann tun. Also für einen Engländer bestimmt ein geiler Tod, in so einem Bier fast zu ertrinken. Ja, ja, das glaube ich. Sag mal, Leute, bevor ich jetzt hier mit meinen nackten Tatsachen um die Ecke komme, muss ich mal ein kleines Intro noch bringen. Wir bringen ja eigentlich nichts, was so überall sowieso diskutiert wird. Und ich muss mich jetzt deswegen schon vorab rechtfertigen. Ich habe die Story schon auf dem Schirm gehabt, bevor die scheiß Mainstream-Medien das Thema aufgegriffen haben. Und ich lasse mir doch nicht von den scheiß Mainstream-Medien meine Themen für den Podcast klicken. Schirmpresse. Okay, das mal kurz als Intro. Und zwar… Da ist da was Braunes, ja, unter der Nase. Unter der Nase, ja, da gehört es hin. Ganz kurz, also vielleicht entlarvt dich das jetzt, aber wo hast du das gefunden? Das, was ich jetzt vortrage? Ja, unter anderem in der Siegener Zeitung. Oh ja, gut dann. Ich dachte, jetzt kommt wieder NTV. Nein. Die Siegener Zeitung ist ja das NTV des Siegerlandes. Nein, was haben denn, was haben denn, okay, dann steige ich jetzt so ein. Was haben denn Siegen und Göttingen gemeinsam? Siegen und Göttingen? Dass keiner weiß, wo die sind. Ich oute mich mal. Dass da vielleicht irgendwelche Versicherungen ansässig sind? Nein, ihr seid ja echt langweilig. Es geht um nackte Tatsachen, Jungs. Um nackte Tatsachen. Ach so, wahrscheinlich, dass Sie eine total mir unbekannte, aber elaborierte FKK-Szene haben. So ungefähr. Da kommen wir der Sache schon näher. Ah nee, warte mal, Göttingen? In Göttingen? Doch, 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 doch. Die Story habe ich auch schon hier Wochen dabei, irgendwie mit dem FKK im Freibad und im Schwimmbad, was da erlaubt ist. Ja, 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 so ähnlich. Irgendwie sowas. Es geht darum, dass Siegen und Göttingen, zu den Details sage ich gleich noch mehr, dass dort jetzt Frauen auch oben ohne schwimmen dürfen. Da freut er sich. Es geht nicht um die Liegewiese in den Freibädern, wo schon zu meinen Zeiten, als ich noch hier ins Ändertbad gegangen bin, schon die Mädels zur Hälfte oben ohne die Sonne genossen haben, sondern es geht ums Schwimmen. So, da ist es nämlich in deutschlandweit in den ganzen Haus- und Badeordnungen verboten oder es wird verlangt eben, dass man einen Bikini-Badeanzug oder sonst was anzieht, wobei nicht Mann, sondern eher Frau und Mädchen. Und jetzt ist es so, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es in Siegen oder in Göttingen zuerst aufkam, ich glaube in Göttingen, dass sich da bestimmte Menschen diskriminiert gefühlt haben und gesagt haben, wir wollen bitteschön auch oben ohne schwimmen dürfen, also sozusagen gleiche Brust für alle. Und in Göttingen hat man das jetzt so gelöst, da hat man jetzt erstmal eine Testphase gemacht, hat gesagt, an den Wochenenden ist es erlaubt, sonst nicht. Und in Siegen, da hat das auch irgendwie, ich glaube die Volt-Partei eingebracht, ins regionale Parlament, in den Rat, da hat man es dann gleich ganz erlaubt. Das war wohl auch ziemlich unaufgeregt, wenn ich es richtig verstanden habe, da wurde jetzt nicht groß, ja es wurde schon diskutiert, aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie eine knappe Angelegenheit gewesen wäre oder so, da hat sich wohl eine Mehrheit ohne weiteres gefunden. Und jetzt ist es so, dass ich mal mit euch diskutieren möchte, diesen Punkt, gleiche Brust für alle und das, jetzt bringe ich mal ein Zitat ein in die Diskussion, die wir gleich haben werden, die weibliche Brust wird seit jeher sexualisiert und entsprechend wahrgenommen. Die mediale und gesellschaftliche Diskussion habe aber gezeigt, dass ich ein relevanter Teil der Gesellschaft eine Veränderung wünsche. So, und die Bewegung, die sich dahinter, die dahinter steht, unter anderem gab es jetzt in einem Bremer Freibad auch gerade Proteste von Aktivistinnen, die gesagt haben, Brüste desexualisieren und so weiter. Da möchte ich doch mal gerade von euch wissen, A, erstmal, wie findet ihr das? Findet ihr das richtig? Und dann aber auch zweitens, das, was da zumindest teilweise hinter steckt. Vielleicht will die eine oder andere Frau auch einfach wirklich nur oben ohne Schwimmung können, aber so von der Argumentation her, liest man immer wieder, es gibt relativ viel dazu zu finden, Brüste desexualisieren. Da würde ich dann auch mal ganz gern hören, was ihr dazu denkt, denn ich finde das so unkompliziert gar nicht, wenn ich mir das so durchdenke. Aber wie findet ihr das? Ich finde ja erstmal, ich bin ja immer sehr liberal, jeder soll irgendwie mehr oder weniger machen können, was er will und von mir aus sollen die, soll jeder, ich möchte jetzt nicht nur von Frauen sprechen, sondern soll jeder auch oben ohne schwimmen dürfen. So, das ist meine Position. Was denkt ihr? Also, ich habe jetzt kürzlich mit der Desexualisierungsbeauftragten bei uns im Etablissement gesprochen. Jetzt ist der Einstieg schon ruiniert. Nee, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, man soll generell Verbote dann aussprechen, wenn es einen Grund für ein Verbot gibt. Also, ein Verbot soll begründet werden und nicht das Gegenteil. Ja, nur so irgendwie Gewohnheitsrecht würde ich da jetzt auch nicht unbedingt anführen. Also, ich persönlich muss sagen, ich habe nach meiner Erinnerung noch nie einen Badeanzug getragen. Ich stelle mir das aber auch nicht übermäßig bequem vor. Ja, also, weiß ich nicht, wer das beim Schwimmen nicht braucht. Ja, warum nicht auch eine Badehose? Ja, also für mich sind das zwei unterschiedliche Diskussionen. Das eine ist erstmal dieses gleiche Recht für alle. Und wenn es einen Wunsch gibt, oben ohne zu baden und insbesondere dann auch keine nennenswerte Mehrheit da irgendwie ein Problem mit hat, weil Freiheiten hören ja immer da auf, wo andere Leute in ihren vermeintlichen Freiheiten eingeschränkt sind und dann muss man halt die Abwägung treffen. Also, das habe ich jetzt da noch nicht rausgehört, dass da jetzt ganz viele Leute was dagegen hätten, aber wird es vielleicht ein paar geben. Dann ist das erstmal eine gute Sache. Diese Diskussion, Desexualisierung der Brust, das finde ich sehr kompliziert. Denn zum einen ist die Brust ein ganz normales Körperteil und es gibt Kulturen, wo das auch nicht so hoch gehypt wird, wenn da eine nackte Brust irgendwo zu sehen ist, beim Stillen oder auch ganz generell, wenn die einfach freigelegt ist, aber gerade in unserer Gesellschaft wird sie ja auch von ihren Trägerinnen teilweise bewusst sexualisiert. Also, warum auch immer, aber man muss sich ja nur TikTok und Co. angucken. Da gibt es ja ganze, ich weiß, wie heißen die, ganze Trends dazu, wo es eigentlich nur darum geht, stolz seine möglichst große Brust herauszukehren. Und die vermiesen es dann natürlich so ein bisschen für die Anhängerin der Desexualisierungsdiskussion, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also, ich finde das völlig in Ordnung, aber es gibt halt immer solche und solche und irgendwo muss man sich dann in der Mitte treffen. Also, man wird es, glaube ich, nie erleben, dass Frauen oben ohne ins Schwimmbad gehen und es nicht irgendwelche Typen gibt, die das irgendwie ansprechend finden. Ja, da könnte ich mich jetzt auf Anhieb auch nicht von frei machen, aber man könnte sich sicherlich an den Anblick gewöhnen und auch in einem öffentlichen Raum da nicht irgendwie anfangen, jetzt durchzudrehen oder da die ganze Zeit hinzustarren. Also, ich würde das wahrscheinlich relativ schnell einfach akzeptieren und sagen, na mein Gott, ja, das ist, das ist halt, gehört halt irgendwie dazu. Ist halt auch so ein bisschen die Frage der Mischung, ja. Also, ich sage mal so, es gibt ja auch FKK-Strände oder Einrichtungen oder was auch immer oder Sauna, wie auch immer, wo halt nackt sein normal ist. Wenn du natürlich jetzt irgendwie in einem, ich sage mal, normal besuchten Schwimmbad jetzt alle im Badeanzug und drei oben ohne hast, ist das, glaube ich, auch im wahrsten Sinne des Wortes ein anderer Hingucker, ja, weil einfach sich solche Dinge, glaube ich, die haben halt viel mit Gewohnheit zu tun. Und ja, du hast natürlich dann die, das sind wahrscheinlich nicht dieselben Personen, ja, die einen, die sagen, ich möchte aber gern so schwimmen und die anderen machen dann ihre TikTok-Videos, ja, die, ich glaube, die Gruppen sind relativ überschneidungsfrei, würde ich mal sagen. Ich glaube, ein guter Indikator, also ich bin echt alles andere als ein FKKler. Ich habe mich nie bei der Vorstellung wohlgefühlt und habe es auch nie gemacht, jetzt, was weiß ich, Pudel Rue in den Supermarkt zu gehen und einzukaufen. Also irgendwie fühlte ich mich da immer viel zu verletzlich und verletzbar. Aber es gibt ja viele Leute, die das ganz toll finden und dann auch alle Alltagssituationen wirklich konsequent nackt machen und ich glaube, wenn ich das so richtig beobachte, dass da auch keine Übersexualisierung stattfindet, wenn auf einmal alle Leute, das sieht ja auch nicht immer so super heiß aus, aber egal, im Supermarkt nackt auflaufen und dann blanke Brüste oder sonstige Körperteile zu sehen, dann fallen die auch nicht übereinander her, nur deswegen. Also ich glaube, eine Normalisierung setzt da relativ schnell ein. Ja, ich werde nochmal hier gerade auch ein paar Fakten noch in die Diskussion einstreuen. Also beim Spiegel findet man auch zum Thema Göttingen, wo es an den Wochenenden erstmal erlaubt ist, das ist eine Testphase bis August oder Ende August, weiß ich nicht im Detail. Da ist bisher das Fazit, es läuft jetzt ein paar Wochen, dass es sehr wenig genutzt wird nur. Also der sagt irgendwie, die haben am Wochenende, haben die so, wenn das Wetter entsprechend da ist, dann haben die durchaus mal 10.000 Leute, die schwimmen gehen und er sagte so seiner Kenntnis nach so sieben sind oben ohne Schwimmen gegangen. Das zum einen und zum anderen noch, was du sagtest, wenn die Frage, ob es nicht auch Leute gibt, die dagegen sind und die sich dann auch bemerkbar machen, das ist wohl tatsächlich so. Es gibt wohl auch schon sehr, auch sehr extremes Lager, was dagegen ist, wobei sich das jetzt nicht irgendwie, zumindest ist das den Beiträgen nichts entnehmen, sich nicht in den Schwimmbädern niedergeschlagen hat, aber durch eben Wortmeldungen, durch Mails oder Zuschriften eben an die Schwimmbäder oder die Verantwortlichen, wo dann auch so Zuschriften kommen wie, uns seht ihr nicht nicht wieder in den Schwimmbädern, das könnt ihr nicht machen. Aber was ist denn die Befürchtung? Also es zwingt ja keiner, keinen da hinzugucken oder muss ja die Leute nicht anstarten. Es gibt halt Leute, die es unanständig finden, die finden es unanständig, sei es, weil es vielleicht konservative Menschen sind, sei es, weil es vielleicht gibt es auch religiöse Gründe, ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es ja nicht unanständig, ich persönlich habe auch nie ein Problem damit gehabt, im Freibad auf der Liegewiese, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, weil ich lange nicht mehr im Freibad war, ehrlich gesagt, aber früher, da in den 90ern oder 80er, 90ern, da waren jede Menge Frauen oben ohne auf der Liegewiese und Männer erst und Männer erst und ob die auf der Liegewiese oben ohne sind und dann können sie auf dem Schwimmbad oben ohne sein, da finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo da der Unterschied ist, der schließt sich mir nicht und an den Stränden ist das ja ohnehin kein Problem und da ins Meer gehen darf auch jeder, wie er will. Also ich persönlich habe da kein Problem mit, aber es gibt eben Leute, kann man sich denken, die damit sehr wohl ein Problem haben und da darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt. Es ist übrigens in Siegen auch der Bukini erlaubt, um das mal so zu sagen, das ist sozusagen jetzt alles erlaubt, Hauptsache du hast mindestens eine Badehose an, kannst aber auch in Bukini kommen oder in einer Bukini kommen. Was ich viel faszinierender finde, ich will jetzt nicht ablenken, aber das ist vielleicht auch ein, nicht ganz vergleichbar, aber ein ähnliches Thema, es gibt ja auch in anderen Ländern schon länger und hier scheint das irgendwie auch Einzug zu halten, Schwimmbäder, wo du irgendwie nur in einer enger anliegenden Badehose kommen darfst und nicht mehr in so weitläufigen Boxershorts, die du im Zweifel irgendwie auf der Straße anhattest. Ja, also da jetzt zu sagen, du musst dir das und das anziehen, wird halt mit hygienischen Gründen dann argumentiert, das ist jetzt so eine Sache, die ich nachvollziehen kann. Ich hätte jetzt auch, also von mir persönlich würde ich jetzt erwarten, dass ich zwischen einer Badehose und einer Alltagshose unterscheiden kann und würde die auch entsprechend abwechselnd tragen, aber wenn das halt nicht bei allen der Fall ist oder wenn die irgendwie direkt von der Straße ins Schwimmbad kommen, natürlich ohne zu duschen, ist das halt ein Problem. Aber jetzt, ob jetzt jemand einen Badeanzug oder eine Badehose trägt, ist ja eigentlich jetzt für deine persönliche Freiheit unerheblich. Ja. Ich glaube, also da finde ich eher, also was mich beim Schwimmen gehen nervt, sind dann eher irgendwelche Leute, die auf den Toiletten vielleicht nicht so ganz Sauberkeit walten lassen oder ihren Dreck irgendwie ans Becken schmeißen oder generell. Ja, beide. Beide. So. Jetzt habe ich mal noch eine Steigerung von der Liberalität oder dem Liberalismus, den du hier propagiert hast. Was wäre denn, wenn jetzt Männer oder Frauen, scheißegal, um die Ecke kommen und sagen, die Badehose stört mich beim Schwimmen? Also wie weit würdest du das gehen? Oder warum würde man begründen und das auch durchhalten, dass eine Hose jeder anhaben muss, aber ein Oberteil nicht? Naja, gut. Das ist ja relativ, ist wahrscheinlich. Das ist nur eine Frage. Ich meine das jetzt gar nicht. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so schwer zu beantworten. Man spricht ja bei der weiblichen Brust zum Beispiel auch vom sekundären Geschlechtsmerkmal und es gibt aber auch die primären. Und du kannst es einfach so rein formal und dann natürlich auch mit Hygienegründen durchaus begründen. Ich denke schon, dass du das begründen kannst. Das ist eine sehr gute Begründung. Die sollten wir einfach so stehen lassen. Die sollten wir einfach so stehen lassen. Nee, die ist super. Das stimmt. Aber ich schließe mich, ich wollte mich dir auch noch anschließen, was du vorhin gesagt hast zur Desexualisierung der weiblichen Brust. Also ich finde es schon fast ein bisschen schade, dass dieser irgendwo ja berechtigte Antritt auf Gleichberechtigung, nenne ich das jetzt mal, jetzt nicht eben mit irgendwie gleiche Brust für alle allein begründet wird, sondern dass man das jetzt quasi auch noch mit einem politischen Argument Desexualisierung verbindet und belastet das Ganze. Das finde ich schade, weil ich persönlich bin sozusagen auf der Seite derer, die sagen, das sollte man erlauben. Aber ich kann mich diesem Argument mit der Desexualisierung nicht anschließen, weil das hat, das ist ja etwas, was finde ich jeder persönlich entscheiden muss. Ich finde nicht, dass man hingehen kann und sozusagen als einen Wert, den man verkaufen will, zu sagen, eine Brust ist zu desexualisieren. Das hat, wie du schon sagtest, es gibt genügend Frauen, die das anders sehen, die ihre Brust wahrscheinlich durchaus auch als ein sexuelles Merkmal auch nicht nur ansehen, sondern auch von der männlichen Seite gewürdigt sehen wollen. Es gibt Männer, die für ihre Gefühle da ja letztlich auch nichts können, wenn sie irgendwie an Brüste denken, sie sehen, sie anfassen etc. Also ich finde es sehr schwierig und auch fast ein bisschen anmaßend, so hinzugehen und für die Allgemeinheit dies entscheiden zu wollen. Da habe ich ein Problem mit, wenn man sagt, ja, es gibt bestimmte, weiß ich nicht, sexistische Muster in unserer Gesellschaft, wenn zum Beispiel es um Werbung geht, wo dann irgendwie keine Ahnung, Werbung für Klamotten, Werbung für was zu trinken und dann sind da große Brüste auf dem Plakat. Das ist ein anderes Thema. Ist das nicht aber genau letztendlich Teil des Problems, dass du, du wirst ja im Alltag dermaßen mit allen Arten von Hupen zugeballert, dass, dass du einfach nicht mehr ins Schwimmbad gehen kannst. Also wie du ja gerade auch dich geoutet hast. Ja, der Sammer geht ja schon allein wegen der ganzen Oberweiten nicht mehr schwimmen, weil er sich denkt, oh Gott, oh Gott. Ich weiß es gar nicht. Nee, aber weiß ich nicht. Also das sind halt irgendwie, weißt du, auf der einen Seite kriegst du es halt irgendwie unter die Nase gehalten. Auf der anderen Seite sollst du dann, weiß ich nicht, wird dann im Schwimmbad zur Desexualisierung aufgerufen. Also das, da finde ich, das ergibt insgesamt keinen Sinn. Ich finde, ich habe ja eben schon gesagt, ich finde diese Verknüpfung auch schräg, weil das eine ist ja die fremde und eigene Sexualität und ich behaupte, dass nicht nur Männer, sondern auch vielleicht manche Frauen, Brüste, männliche oder weibliche attraktiv finden. Das ist ja nun mal die eigenen Vorlieben und das kann man auch keinem nehmen und es wäre auch schade, wenn man das jetzt alles so völlig neutralisiert. Die andere Sache ist aber, ob man, ob man drauf steht oder nicht oder insbesondere, wenn man drauf steht und sowas im Schwimmbad sieht, ob man sich dann da irgendwie im Griff hat oder nicht. Und ich würde mal behaupten, die meisten Leute hätten sich im Griff. Die würden von einer nackten Brust jetzt nicht animiert sein, da jetzt diese Frau anzulabern oder zu belästigen oder sonst was zu machen, sondern würden sagen, mein Gott, ist halt eine Brust, ja, hat man alles schon mal gesehen. Also das muss man einfach trennen. Deswegen muss man ja nicht die ganze Brust als Institution desexualisieren. Also ich fände es persönlich sehr schade. Ich finde, da kann man auch eine gewisse Selbstkontrolle erwarten. Ja, man muss vielleicht desexualisieren, dass das Tragen oder Zeigen einer nackten Brust irgendwie eine irgendwie geartete Einladung zu irgendwas ist. Das ist etwas völlig Normales und auch Selbstverständliches, wenn die Trägerin in dem Fall das möchte. Das ist keinerlei Appell an mich da jetzt oder an wen auch immer, da jetzt irgendwas zu tun oder irgendwie besonders gierig zu gucken. Sehr gut, genau. Insofern würde ich dem zustimmen, aber nicht auf der ganz breiten Ebene. Ja, sehr gut, Ben. Das muss ich sagen, hast du hier fundamental großartig herausgearbeitet. Dem stimme ich auch zu. Heute ist der Tag, wo ich dir irgendwie dauernd zustimme. Ich muss jetzt aber noch eins draufsetzen, bevor wir dann auch das Thema gerne wieder verlassen können. Aber ich muss, das passt so schön, ich muss eins draufsetzen. Denn es gab nicht nur, es war jetzt hier gerade Schwimmbad, ich muss eins draufsetzen, es gab Ärger beim Fußball. Und zwar nicht nur irgendwie hier bei der Kreisliga oder so, sondern Frauenfinale in der Schweiz, um den, also ich weiß nicht, wie der Pokal heißt, so wie bei uns der DFB-Pokal, der Frauenpokal. Ja, das war das Finale, FC Zürich gegen Servet Genf, das fand in Lausanne statt, einer uns bekannten und sehr beliebten Stadt, genau. Und nee, es ist sogar Meisterschaft, zwar nicht Pokal, aber ist egal, es war jedenfalls Endspiel. So, 2600 Zuschauer waren da und auch natürlich ein paar aus Zürich, etwa heißt es hier 100 aus Zürich. Und während der Partie haben dann die Züricher Fans sich alle ihre Oberteile ausgezogen und da waren auch Frauen bei. Dann haben auch die Frauen da oben ohne im Fanblock, Prollo, du guckst nie Fußball, für dich ist das jetzt komplett neu, aber Ben, du weißt, in Fußballstadien, die Typen ziehen sich dauernd ihre T-Shirts aus. Da hängen die am Zaun. Die haben auch oft Brüste. Da hängen die am Zaun und markieren den dicken Mann oder sie wiegen einfach nur. Genau, das sagt er ja gerade. Oder die liegen da nur in der Sonne, wie auch immer, ja. Aber Männer irgendwie haben irgendwie so das Bedürfnis, im Fußballstadion, wenn es nicht gerade null Grad ist, sich die Oberteile auszuziehen. Hat noch nie jemand was gesagt. Ich gucke ja auch wirklich selten, aber ist es nicht auch üblich, sich bei größeren Erfolgen auch selber das Trikot kurz als Spieler runterzureißen? Ja, ja, natürlich. Das ist halt auch so. So fast halkmäßig das T-Shirt auszusetzen, das Trikot runterreißen, genau. Und was meint ihr, was passiert ist? Nix. Oder ein Riesenaufschrei. Er ist Schweiz, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Riesenaufschrei, aber schön wäre nix. Tja. Also, es ist Folgendes passiert, die Ordnungshüter sind tatsächlich eingeschritten und haben die aufgefordert, sich wieder anzuziehen. Angeblich, so wurde es dann nachher vom Sprecher von Lausanne dargestellt, wurden alle Fans, auch die männlichen, aufgefordert, sich wieder anzuziehen. Was aber von einer der weiblichen Fans dementiert wurde, genau. Die sagt das völlig falsch, die Beamten haben uns ins Visier genommen, auch die anderen Fans haben aus Solidarität dann ihre Trikots wieder angezogen. Und sie sagt dann noch am Ende, hier in dem Artikel von, was ist das, Tag 24, war auch veröffentlicht in Blick. Meine Nippel haben nichts Sexuelles an sich. Man hat uns gesagt, dass wir stören, weil es Kinder gibt. Das ist ein Skandal. Ja, ist das Fußballstadion jetzt anders zu bewerten? Das scheint ja ein allgemeines, sag ich mal, eine Art, also Trend, kann man das vielleicht nicht sagen? Ein Trend ist ja irgendwie, passt ja nicht, der Begriff, aber es scheint ein Thema zu sein, was sich ausbreitet. Es gibt viele Frauen, die wollen ihre Brust genauso zeigen dürfen wie Männer. Ist das im Fußballstadion jetzt okay? Insofern, wenn du es so verknüpft, ist es nichts anderes, aber ich würde sagen, es ist schon was anderes. Denn in einem Schwimmbad sind ja gemeinhin alle Männer, zumindest, oben ohne. Und da ist es quasi normal, ich würde sogar auch sagen, also ich brauche das nicht, wenn ich in ein Fußballstadion gehe, dass da sich die Typen ständig ausziehen. Also bei Turnieren sieht das ja immer schön aus, wenn die das dann bemalt haben und so weiter. Ich habe da jetzt auch nichts dagegen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Muss für den Stadionbesuch. Anders als es völlig normal ist, dass wenn wir ins Schwimmbad gehen, dass wir uns dann halt bis auf die Badehose ausziehen, wenn wir ins Wasser gehen. Also insofern würde ich sagen, man kann es nicht komplett vergleichen, außer dass natürlich gleiches Recht für alle gelten sollte. Genau, letzteres Mal wieder stimme ich dir zu. Ich finde auch gleiches Recht für alle. Und dann finde ich aber ganz ehrlich, also ein Stadionbesuch, das ist zwar eine Open-Air-Veranstaltung, aber ich sage mal so, wenn du jetzt ins Museum gehst und da kommt ein Typ oder eine Frau, egal, oben ohne langmarschiert, würdest du blöd gucken. Ein Stadion ist zwar jetzt kein Museum, aber es ist irgendwo auch eine kulturelle Veranstaltung, die du besuchst. Und ich finde ganz ehrlich, das ist auch nicht vergleichbar mit dem Schwimmbad. Und denke auch, dann sollte man es einheitlich einfach eine Kleiderordnung festlegen und einheitlich es einfach verbieten. Ja, hast du schön gesagt. Ja, habe ich schön gesagt. Sag mal, soll ich euch ein Eis bringen, weil es heute so heiß ist? Ich habe schön Eis am Stiel im Eisfach. Eis am Stiel. Kriege ich auch schon wieder so Assoziationen an meine Kindheit im heimlichen Nachts auf dem RTL. Eis am Stiel, eins, zwei, drei. Da sieht man den Altersunterschied. Bei mir lief das schon auf den, wie nannte, bieft das noch diese Reste-Rampe-Programme? Bei dir lief das noch in der Primetime. Bei mir lief es nur noch auf Kabel eins und so. Ach, herrlich. Wie hat er das noch genannt? Verdammt noch mal. Drecks irgendwas. Für den Prollo habe ich jetzt extra das ohne Nüsse. Ach, herrlich. Schade gemacht. Ich hätte jetzt natürlich versuchen können, ihm das mit unterzujubeln, aber ich bin nicht so. Also hier ist jetzt so ein Mini-Stiel-Eis im, man muss es ja leider so sagen, Magnum-Style. Fleischwerbung, aber ein sehr appetitlicher kleiner Leckerbissen. Leckerbissen zur heißen Abendstund. Wie viel Grad werden wir wohl haben? Noch über 30, nehme ich an. Ja, stimmt. Hier, ich kann mal nachgucken. Was sagt mein Telefon? Das sagt einfach mal noch 32 Grad. Wie im Kino. Ah, herrlich. Ja, ich habe mir gerade den Finger gebrochen. Eis am Stiel. Kennt ihr die Sendung, die Filme noch? Ja klar, habe ich gerade schon erzählt. Das lief bei uns noch in der Filmerkiste beim Prollo. Wie hieß noch der eine, der kleine Dicke, der immer verarscht wurde. Aber einer hieß auch Benni, glaube ich. Kann das sein, Ben? So ein Dünner. Der Dicke. Ich glaube, der Schauspieler, irgendeiner der Schauspieler hieß Jonathan Katzmann. Oder, nee, nicht Katzmann. Der war bei dir in der Stufe. Nee, das ist aber so ähnlich. Also Katzmann, aber es waren auf jeden Fall israelische Filme. Und in irgendeinem Teil, wo wir gerade eben bei Brüsten waren, spielte auch Sibylle Rauch mit. Das war ja auch so ein 80er-Jahre-Sternchen, die vor allem durch die Sexualisierung ihrer Brust bekannt geworden ist. Okay. Ja, aber deswegen keine Werbung im Schwimmbad. Mhm. Brollo, was hast du uns mitgebracht? Ja, ist die Frage, ob wir jetzt zu meinem angekündigten Thema übergehen. Das wäre quasi ein harter Schnitt. Oder ob ich noch so ein kleines Verbraucherthema an euch antrage. Also wir können natürlich auch zu dritt ordentlich überziehen. Wir haben jetzt 45 Minuten rum, also ich habe Zeit. Ja, pass auf. Bei der Hitze denkt man ja beim Autofahren als erstes an, ja richtig, die Sitzheizung, die Sitzheizung im Auto. Ja. Und neuerdings oder wahrscheinlich demnächst erst recht, bewegen wir uns auf das zu, was man ja aus den, also von Netflix kennt, von Spotify und so weiter. Abo statt Besitz. Und so hat sich denn BMW gedacht, das ist jetzt tatsächlich aber nur eines von mehreren Beispielen. Sitzheizung, kannst du haben, kostet 18 Euro im Monat. Im Auto? Was? Ja. Ernsthaft? Mhm. Ach du Scheiße. Wenn das Monatsabo vorbei ist, ist es vorbei. Du kannst aber auch ein Jahresabo schließen, das ist dann günstiger. Oder du kaufst halt, äh, lebenslang dann kostet's, ähm, ich habe hier die Preisliste gerade nicht griffbereit, aber zahlst halt einmal. Ich muss dich halt entscheiden, ja. 18 Euro. Aber wie steuern die das? Ist das mit irgendwie, über Funk? Ja, ähm, über die Autosoftware, hier, äh, ach hier haben wir es ja auch gleich. Also, Jahresabo kostet 180 Euro, sparst du also zwei Monate. Äh, drei Jahre 300 Euro, nochmal gespart. Wenn du es immer gerne warm hast, kannst du 415 Euro zahlen und dann kriegst du auch im Sommer immer den Arsch gewärmt. Ist natürlich bei so einem Jahresabo eigentlich total doof, weil du es ja sechs Monate lang nicht brauchst. Aber selbst wenn man, die kommt doch an, wo du wohnst. Aber selbst wenn man die Kostenexplosionen berücksichtigt, die wir im Moment alle so erleben, finde ich 18 Euro relativ happig. Den musst du erst mal zusammen verbrauchen. Entschuldigung, dass ich esse, aber ich meine, du kennst es doch, wir haben uns doch alle schon dran gewöhnt, dass die Nespresso-Kapseln schweineteuer sind. Sämtliche anderen Kaffeekapseln natürlich auch im Vergleich zu dem Kaffee, den du dafür bekommst, ja. Also, Druckerpatronen, der klassische Klassiker. Im Grunde, das Gerät wird subventioniert, kaufst du günstig ein. Und wirst dann halt über das Abo ausgenommen, wenn man es negativ formuliert. So, und da haben sich die Autohersteller jetzt gedacht, das können wir doch auch. Die Autos sind sowieso ja mittlerweile sehr stark softwaregesteuert. Ist ja nicht mehr so, dass man den alten Traktor anmacht und dann läuft der. Ja, und wenn ich schon, wenn es so ohnehin günstiger ist, die Autos, ich sag mal, einheitlich zu produzieren und nicht jedes nach Kundenwunsch individuell gefertigt. Warum nicht, ja. Und tatsächlich, es gibt noch ein paar weitere Beispiele. Also, Tesla hat möglicherweise damit angefangen. Du kannst nämlich diesen Autopiloten, den es ja in einigen Ländern gibt, den kannst du für 12.000 Dollar dazu buchen. Also, wenn du die Kohle zahlst, fährt das Teil autonom und sonst halt nicht. Bei Audi gibt es LED-Licht für 700 Euro, drei Jahres Abo. Und Mercedes hat sogar, da würde ich sofort zuschlagen, für nur 89 Euro ab dem zweiten Jahr, vorher ist kostenlos, künstliche Motoren-Sounds für seine E-Autos. So, da werden wahrscheinlich die richtigen abgezogen. Wir reden hier über gekaufte Autos oder geleaste Autos. Also, du kaufst, erwirbst Eigentum an einem Auto und die behalten sich bestimmte Funktionen im Abo vor. Genau, und wie das ja so ist, du hast natürlich als Kunde immense Vorteile, ja, in zwei Minuten habe ich dir die Karre verkauft, weil du jetzt sagst, ich brauche eigentlich keine Sitzheizung, das Teil hat aber trotzdem eine, dann ist natürlich auch der Wiederverkaufswert höher, weil du kannst dem nächsten Kunden ja die Sitzheizung dann wiederum mitverkaufen. Ja, aber es ist trotzdem zwei Dinge dazu. Erstens, ich finde es ziemlich, also ein ziemlich fragwürdiges Geschäftsmodell, irgendwie du verkaufst jemandem etwas und entziehst ihm teilweise die Funktionen gleichzeitig wieder. Und zum anderen frage ich mich auch, wie sich das, also das kann sich ökonomisch ja für die Hersteller eigentlich, oder ja, die Hersteller eigentlich nur rechnen, wenn sie wirklich extrem happige Mieten nehmen, weil du musst ja auch immer damit rechnen, dass du, du brauchst dem die Heizung ja ein, die Heizung kostet ja was. Und wenn er sie nicht benutzt, das Abo nicht kauft, dann hast du dem eine Heizung eingebaut, die was gekostet hat und die jetzt aber überhaupt nicht bezahlt ist. Es sei denn natürlich, sie ist irgendwie, die berechnen das so, dass sie das schon längst im Verkaufspreis drin haben und über die Miete nur noch einen Reibach machen wollen. Klar, ich meine, wenn du ein Auto kaufst zu einem Preis, das es vorher nur ohne Sitzheizung gab, ja, warum nicht? Also ich kenne das tatsächlich das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, da war irgendwie in den USA mal wieder Hurricane und in Florida hat Tesla den Leuten eine höhere Batterieleistung per Fernupdate freigeschaltet, damit die mit ihrer E-Karre trotz Stromausfall noch sich da auf den Weg machen konnten und abhauen. Das hat auch für so gewisse Wellen gesorgt, weil die ersten natürlich geschrien haben, ja, warum schalten sie es dann nicht allen frei? Da kann ich den technischen Hintergrund sogar nachvollziehen. Du hast halt, wenn du die Batterie, das kennst du ja vom Handy auch, wenn du die halt von 100 auf 0 immer durchnudelst, dann hält die halt nicht so lange, ja. Und wenn du jetzt irgendwo, ich sag mal, eine Garantie da drauf hast, hat der Hersteller natürlich kein Interesse, dass alle ihre Batterie zermürben über wenige Jahre. Ja, da kannst du es irgendwie verstehen, wenn du, sag mal, mit geminderter Leistung irgendwie fährst. Aber ich meine, Sitzheizung, eine Sitzheizung. Ja, und vor allem, dass sie es fernsteuern können. Ich finde das total spooky, dass sie irgendwie über Netzwerke meine Autofunktionen so beeilen. Ich meine, ich weiß, dass es das gibt. Tesla hat es ja vorgemacht, aber ich finde es total spooky. Ich würde so ein Auto gar nicht haben wollen. Die Frage ist also, ob man nicht mittlerweile auch wieder so einen Gewöhnungseffekt wie Brüste im Schwimmbad letztendlich, und da schließt sich der Kreis nämlich, vor etlichen Jahren wäre das wahrscheinlich völlig undenkbar gewesen. Die Leute wären da auf die Barrikaden gegangen. Mittlerweile, wo du einfach in verschiedensten Zusammenhängen an Abo-Modelle aller Art gewöhnt bist, ja, du gehst ja auch nicht zu YouTube und sagst, ich habe jetzt hier einen Monat bezahlt, ich will die Filme aber behalten, die ich da geguckt habe. Ja, umgekehrt, ich meine, kaufen und mieten bei irgendwelchen Videoanbietern ist halt auch fließend. Wenn der Anbieter pleite ist, dann kannst du dann ein gekauftes Video nämlich auch knicken. Ja, aber die Krönung ist natürlich wirklich. Du kriegst im Auto oder sonst wo was eingebaut und zahlst dann nochmal drauf, wenn man es so will, für die Nutzung. Es ist, es ist auch unter einem anderen Gesichtspunkt echt fatal, wenn du im Auto sitzt, in einem Auto sitzt, das du gekauft hast und das hat irgendwie, was weiß ich, eine Sitzheizung und noch eine Sackmassage und sonst was noch alles an Funktionen drin, die du aber nicht gekauft hast und dann sitzt du den ersten Winter da und frierst oder deine Partnerin, dein Partner friert und du sagst, ey, das Auto hat doch eine Sitzheizung, warum kann ich das jetzt nicht anmachen? Da bist du ja viel eher, wenn es ja das an Bord, on Bord ist, gewillt, das auch tatsächlich dann zu bezahlen. Oder du denkst, ja, ich hab's ja eh, ich muss jetzt nicht in die Werkstatt fahren, mir die Scheiße einbauen lassen. Es ist ja schon drin, ich muss halt einfach nur das Häkchen. Wir haben ja vor allem auch alle Kinder, ja, vielleicht demnächst kriegst du in der Kopfstütze immer schon ein Bildschirm eingebaut und wenn die Kinder dich auf der Italienreise irgendwann nach sechs, sieben, acht Stunden Mürbe gemacht haben, zahlst du dann ein Abo. Wenn die Kinder sagen, Siri, schließ ein Abo ab für BMW CarPlay oder was auch immer, ja, das ist tricky. Ja, also ich muss sagen, ich komme mit diesem Gedanken, dass du etwas schon längst mit dir rumfährst, was du also quasi gekauft hast, aber es nicht nutzen kannst und es erst noch nachträglich bezahlen musst. Der Gedanke ist mir irgendwie schräg, also komme ich nicht so richtig gut klar mit. Vielleicht ist das die Zukunft, keine Ahnung, vielleicht verdienen sich damit die Autobauer eine goldene Nase und stopfen damit die Löcher, die sie jetzt durch, ja, Klimawandel und Einsparung und verändertes Fahrverhalten und so weiter, vielleicht stopfen sie die Löcher, die dadurch entstehen. Aber zum Thema Spooky und Tesla, was der Ben eben sagte, wollte ich gerade noch ergänzen, weil ich da gerade einen Bericht über einen Unfall bei einem Tesla gesehen habe. Irgendwie ist da jemand zu schnell in der Stadt um die Kurve und hat eine Ampel umgesägt und dann Fahrerflucht. Die haben den natürlich gekriegt, das war ein Tesla und ihr glaubt sich, die haben, also Tesla hat alle Daten zur Verfügung gestellt und die haben sogar Daten gehabt, wann, in welcher Sekunde, wie tief, wie genau der aufs Gas getreten hat. Die haben zum Beispiel der Polizei so auch dann mitteilen können, dass der, als der schon auf der Schrottverkehrsinsel halb mit dem Wagen über der Ampel hing, dass der da immer noch versucht hat runterzukommen und immer weiter Gas gegeben hat, bevor er dann nach 30 Sekunden irgendwie dann doch ausgestiegen und abgehauen ist. Also unfassbar, was in diesen Wagen alles für Daten erfasst werden, die alle theoretisch zumindest abgegriffen werden können. Also es ist der Wahnsinn. Hätte der Typ mal die Premium-Bremsen bezahlt, hat er den Standard genommen. Ja, wie schaffe ich von so einem Thema jetzt die Überleitung zu den großen Weltmeeren? Oder besser gesagt geht es um das Meer vor Gibraltar und im Golf von Kadiz. Kannst du das Wort bitte nochmal aussprechen? Ich habe immer Kadiz. Cerveza. Ja, wie soll ich das sagen? Also ich bin ja früher mal Segler gewesen, jetzt schon viele Jahre nicht mehr auf dem Wasser gewesen und ich bin gleichzeitig ein großer Fan von Orcas. Ich finde Orcas total geil, die faszinieren mich, neben den Elefanten natürlich. Das sind doch die Killerwale. Die Killerwale, Orca, Free Willy und so. Und jetzt wird ein Phänomen beobachtet im Golf von Kadiz. Der Willy war privat, war der Killerwahl. Haben die eine freigelassen. Die muss jetzt irgendwie auch an die Schwimmbäder denken. Ja, naja, egal. Aber das ist jetzt hier wirklich ein seriöser Artikel aus einer, ich glaube es ist so ein Naturmagazin Spektrum, heißt das. Und die berichten, Bettina Wurche, mein Name sagt mir vielleicht sogar irgendwas, keine Ahnung, berichten über ein Phänomen, was da eben beobachtet wird. Und zwar große Segelschiffe werden zunehmend von Orcas attackiert. Und das kann man jetzt auf die eine Art und Weise sehr reißerisch machen. Der Killerwahl, du sagst ja auch direkt, der Killerwahl, der attackiert die Segelschiffe. Das gibt es auch immer mal wieder. Auch, dass in der Vergangenheit Orcas schon mal auch so ein Segelschiff versenkt haben. Die machen das aber nicht, um die Menschen irgendwie zu fressen oder irgend so eine Scheiße, was im Film passieren würde, sondern hier ist es, oder versucht man sich das zu erklären, warum die das da machen. Das ist so eine Gruppe von 20 Wahlen, die aus vier verschiedenen Wahlfamilien stammen. Irgendwo hier in diesem riesenlangen Artikel. Also lest euch den dann mal durch, ihr Lieben, wenn wir den verlinken. Da sind auch genau, können die genau zuordnen, wer das ist, die Oma und die Enkel und so. Die haben das voneinander gelernt, wie man diese Schiffe attackiert. Große Segelschiffe vor allem beobachten das. Und das waren allein im Jahr 2020 235 Attacken. Also das ist jetzt nicht so dreimal passiert und dann stand es in der Presse, sondern das ist echt ein Phänomen. Was heißt denn, wenn ich kurz unterbrechen darf, die haben gelernt, die Schiffe zu attackieren. Da muss ja, um etwas zu lernen, muss ja am Ende irgendein Erfolg stehen. Und welcher Erfolg steht denn da? Also ich sage erst mal, was sie gelernt haben, weil die legen es nicht darauf an, die Dinger zu versenken. Was die wohl scheinbar versuchen, ist, die Schiffe an der Weiterfahrt zu hindern. Und deswegen attackieren die, die auch von hinten, oder der Segler sagt von Achtern, gehen hinten auf die Ruderanlage und knallen da irgendwie rein und versuchen, die Ruderanlage zu zerstören. Das ist allerdings die Ausbaustufe. Die erste Stufe ist, dass sie die so anstupsen und versuchen, vom Kurs abzubringen. Also die machen es wirklich scheinbar, so sind die Berichte, erst mal sanft, so wie so der Hund der Bellt, so ein kleiner Warnschuss. Und wenn die Segler dann aber ihren Kurs beibehalten, dann werden die aggressiver und gehen hinten auf die Ruderanlage und fahren den halt in die Finne da rein und versuchen, die zu zerstören, damit die nicht mehr weiterfahren können. Das ist erst mal so das Phänomen, was beobachtet wird. Und das geht teilweise nur ein paar Minuten. Manche haben das aber auch berichtet über mehrere Stunden, dass sie dann dieses Schiff attackieren und versuchen, aus diesem Gewässer zu vertreiben oder an der Weiterfahrt in ein Gewässer in diesem Golf von Kadif. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Ja, in der Weiterfahrt zu hindern. Warum, hat er da mal gefragt. Und da rätseln die ein klein bisschen, aber sie erklären es sich damit, dass sie davon ausgehen, dass die Wale, die Orcas, die großen Segelschiffe sozusagen attackieren, weil sie denken, dass das Fischerboote sind, die ungefähr die gleiche Größe haben. Und die empfinden die Fischerboote als Konkurrenz im Nahrungskampf. Der wird halt immer härter. Und sie empfinden auch die Fischerboote als Gefahr, weil die Fischerboote auch immer wieder Orcas verletzen, wenn die da durchballern. Und dann auch teilweise schon vorgekommen ist, dass Orcas ihre Kälber, heißt das, verloren haben. Also, dass auch wirklich Kinder da oder ungeborene Kinder zu Schaden gekommen sind durch die Fischerboote. Und dass sie ja halt quasi sich jetzt überlegt haben, zumindest innerhalb dieser vier Familien, die das dann voneinander sich so ein bisschen abgucken, dass sie die eben bekämpfen müssen. Und ja, dann eben die Segel, die können das natürlich von unten nicht sehen, ob das jetzt ein Fischerboot ist oder eine große Segeljacht, dann eben angehen. Also, so weit, so verständlich eigentlich. Und ich sage das deswegen, weil, wie gesagt, wenn man das jetzt einfach so als Überschrift liest, die Überschrift lese ich mal kurz vor, die heißt Orcas, die Yachtenrammen. Das ist noch, weil es eine Naturzeitschrift ist, relativ wenig reißerisch, aber man könnte in der Bild-Zeitung sich vorstellen, Killerwale attackieren, Segler, Überlebenskampf im Golf von Kadith. Ja, irgendwie sowas. Aber es ist ja erstmal total nachvollziehbar und die Naturschützer und Meeresbiologen und Forscher, die suchen jetzt als Lösung oder versuchen als Lösung zu etablieren, dass man mit den Schwertwalen kooperiert, statt mit ihnen zu konkurriert. Konkurrieren oder konkurriert doch. Und haben da Studien gemacht und werben eben dafür, dass die Fischerboote, aber auch die Segler eben sich darauf auch einlassen und auch ein Stück weit respektieren, was die denen sozusagen mitteilen wollen. Und das ist jetzt mein Appell an alle, die um den, um Gibraltar herum segeln wollen. Lasst es sein. Macht es nicht. Nehmt eine andere Route. Lasst mir den Free Willy in Ruhe. Fordert Benanza Podcast. Wer sich in meinem anstehenden Segelurlaub beherzigen. Ja, aber ich meine, das ist irgendwie krass. Also Tiere sind schon, ich meine, die sind ja auch klug. Tiere sind schon geil. Also, oder anders gesagt, ich finde das schon faszinierend, wenn Tiere oder die Natur sich dem Menschen widersetzt und dann da eben auch versucht, gehört zu werden. Letzten Endes wollen die sich nur Gehör verschaffen. Oder wollen auch, wollen auch nur für ihre Bedürfnisse einstehen. Die machen ja, die fressen ja jetzt nicht die Segler auf im großen Stil. Nee, die wollen einfach eine No-Go-Area durchsetzen. Ja, aber aus gutem Grund offensichtlich. Also, ich habe es jetzt nicht erforscht, aber man weiß es ja, dass die Weltmeere überfischt sind und dass die Fangmethoden auch immer brachialer werden. Und da leiden natürlich dann auch gerade diese großen Fische, wobei es ja keine Fische sind, sondern Säugetäure. Ja, wobei man auch bei den Orcas sagen muss, also ich meine, ich kenne mich echt nicht gut aus, also keine Ahnung. Die Orcas erscheinen mir jetzt aber bislang noch nicht wahnsinnig gefährdet. Ich habe jetzt was anderes nämlich über die Orcas gehört oder gelesen, weiß ich nicht mehr. Südafrika ist ja, wo warst du gerade unterwegs? In einer Ostkürste von den USA. Okay, ganz woanders. Vor Südafrika ist eigentlich der weiße Hai da viel unterwegs und da gibt es Gebiete, da ist der plötzlich, die meidet er plötzlich, obwohl das eigentlich die typischen Gewässer der weißen Hai sind, weil die Orcas da rumschwimmen und sich auch eine Strategie ausgesucht haben und die weißen Haie fressen. Was sie früher so nicht oder nur sehr selten getan haben. Also die großen gefährlichen Räuber der Weltmeere, die weißen Haie haben plötzlich, zumindest dort in der Gegend, einen großen Feind, der ihnen übermächtig ist. Was unter anderem dazu führt, dass es mehr Robben wohl gibt, weil der weiße Hai die Robben gern frisst und die Robben fressen jetzt da die Pinguine, die da in Südafrika geschützt sind. Ach du meine Güte. Robben fressen Pinguine? Ja, 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 ja. Also Robben oder Seelöwen. Seelöwen, also ich meine, es wäre von, war nicht von Robben die Rede, ich weiß es nicht, aber egal jetzt, jedenfalls die fressen Pinguine, ja. Und, und also der Orca, der Orca an sich ist, also die Tierfilme, die ich bisher gesehen habe, der ist wahnsinnig intelligent und ein sehr effizienter Räuber, der auch Tiere, auch schon mal größere Wale angreift. Ja, der ist vor allem super schön. Man muss ja den Orca jetzt nicht moralisch verteidigen, der hat vielleicht auch Dressen im Stecken. Ganz, 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 ganz moralisch verteidigen. Aber es ist ja erstmal nachvollziehbar, wenn diese Familie, die leben halt nun mal da und nicht, den haben sie noch nicht zugerufen, ey, ey, Südafrika, Kaporn, heißes Pflaster, da gibt es leckere weiße Haie, sondern die jagen halt da und empfinden eben die Fischerboote als Konkurrenz und das kann ich total nachvollziehen. Und wenn die sich dann überlegen, okay, offensichtlich sind die ja klug genug, wir müssen da was machen. Die haben dann eine Initiative gegründet und mit Schwarmintelligenz dann sich eine Strategie tatsächlich auch da überlegt und die ist zumindest nicht ganz unerfolgreich. Also die Leute, wenn die jetzt wissen, da werde ich vielleicht von so einer Orca-Familie attackiert, dann segeln die vielleicht tatsächlich anders rum. Die Orca-Gang. Ja, ja, nein, ich möchte die Orcas auch bloß, weil sie Raubfische sind, nicht schlecht machen. Also moralisch brauchst du ja keine Sorgen machen. Ja, das ist gut. Pass mal auf, ihr müsst euch auch keine Sorgen. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Jetzt haust du uns aber nicht wieder die Ohren weg hier mit dem Alarm. Nee, mach ich nicht, weil jetzt auf einmal hier die App rumzickt, dass ich kein Internet habe, was ich als echter Vollprofi natürlich ausgestattet habe, um wie mir den Alarm nicht geben. Seid ihr eigentlich noch dicht, ey? Hast du dein Abo gezahlt? Ja, offensichtlich nicht. Ich habe da noch nie ein Abo abgeschlossen. So, ich gehe mal ganz kurz hier on air, damit ich, damit ich. Prost. Frollo, der hat hier schöne Fassbrause verteilt. Ja, zögern wir das noch ein bisschen hinaus. Fassbrause, Gaffel, Orange. Orange. Und, und dafür kriegst du gleich eine Extrasirene. Ich habe gesehen, hervorragend, wunderschöne Kronkorken. Ich hoffe, die darf ich einsacken. Ich habe mir Mühen gegeben, die unbeschädigt zu lassen. Das sind so schön. Also wirklich, das ist nur der Fang der Woche hier. Oh, und jetzt nur für dich. Nur für dich. Diesmal auch nicht zu laut. Nee, ist nicht direkt angeschlossen. Kommt aber an. Okay, also die Stunde ist locker überschritten. Und du hast mit Sicherheit noch ein Quickie. Bevor wir den abfeuern, müssen wir aber zumindest zwei Teaser auch noch auflösen. Das ist die Pornopolizei und das Einbein. Und ich würde mal sagen, weil Pornopolizei geiler klingt als Einbein oder zumindest ... Ein, zwei oder drei Bein. Richtig, ja. Ja, es ist nämlich so. Wenn der Problem schon so anfängt, es ist nämlich so. Ja, also in China ist es ja mit der Zensur so eine Sache, ja. Das ist ziemlich harsch da. Und ungünstigerweise, sage ich mal, so als 14-jähriger Teenager, haben sie es auch nicht so mit der Pornografie. Sprich, die ist einfach verboten. Und zwar auch ziemlich hart bei ordentlichen Strafen. Entsprechend braucht es natürlich auch eine Pornopolizei, die das Internet durchsucht nach anstößigen Inhalten. Und bisher ist es wohl so, Algorithmen, die dazu eingesetzt werden, sind da zu fehleranfällig. Und Menschen würden zu schnell ermüden, heißt es. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Stück man so auf den üblichen Seiten zubringen kann. Ja, da gibt es bestimmt auch Rekorde. Aber das Problem ist so, wie kriege ich das Zeug aus dem Internet gefiltert oder aus dem, was sie da für Internet halten. Und da hat nämlich ein Team an der Beijing Jiao Tong University einen Helm entwickelt, den sie der Pornopolizei aufsetzen. Und es ist nämlich so, der Helm kann charakteristische Gehirnströme erkennen, die auftreten, wenn die ihn tragende Person Pornografie entdeckt. Sprich, du kriegst wie so ein Affe im Labor, kriegst so ein Foto. Und das ist entweder, ich zeige euch mal hier aus dem Artikel ein Beispiel, entweder sind das so zwei Leute, die über einen Zebrastreifen gehen. Oder es ist irgendeine Pornoszene. Und dann macht das sofort Klick im Affenhirn oder im Kleinhirn vielmehr. Und ohne, dass du groß dann noch was tun musst, weiß der Helm sofort Bescheid, aha, Porno oder nicht Porno und kann dann den Filter trainieren. Und hä? Ja. Also der Helm, der Typ sitzt nur da vorne und der Helm arbeitet? Der Typ sitzt, guckt sich Bilder an und die Gehirnströme wissen Bescheid sozusagen. Ja, also nicht 100 Prozent. Also der Typ muss eigentlich gar nichts mehr machen, außer gucken. Darf man fragen, wo die Elektroden überall angeschlossen sind? Na, so ein Helm, also ich meine, wenn du den tief weiter runterziehst, kriegst du den vielleicht noch bis zur Schulter. Aber tatsächlich handelt es sich um einen Helm. Vieles spielt sich ja auch im Gehirn ab. Und ja, teilweise, also dann haben sie aber, das ist ja irgendwie auch, wenn das, ich glaube, für diejenigen, die so einen Helm aufgesetzt bekommen, ziemlich dystopisch ist, haben sie sich aber irgendwie selber noch Probleme ausgemacht. Weil das Problem ist nämlich erstmal aus gesetzlichen Gründen müssen sie die Testbilder nämlich teilweise selber schwarzen. Deswegen sind nämlich hier auch die Balken drüber in dem Muster. Und es ist wohl auch schwierig, genügend Trainingsmaterial zu finden. Und ja, aufgesetzt wurde das bisher offenbar nur männlichen Versuchspersonen. Und bevor sich jetzt jeder seinen Teil zu denken anfängt, sie haben einfach keine Frauen gefunden, hieß es, die den Stuss mit sich machen. Ja, weiß ich nicht. Also wenn jetzt die Typen im Schwimmbad, die da auf die mittlerweile gezeigten Brüste gaffen, wenn du die einsammelst, da hast du Lust, Porno zu gucken. Ja, dann sind die sofort dabei, kriegen den Helm auf und dann können die als Versuchskaninchen da sitzen. Ja, aber. Also was ist denn das Ziel, dass der Helm irgendwann so schlau ist, dass sie quasi. Nee, du kriegst halt, du kannst halt einfach die Leute mit so einem Helm ausstatten und dann tickerst du die Bilder durch und weißt, okay, das ist Porno, das ist kein Porno. Das eine wird zensiert, das andere nicht. Der braucht einfach nur die Hirnströme desjenigen, der das halt dann in dem Moment im Grunde optisch wahrnimmt. Und dann sagt er, ah hier, der ist gerade, der ist gerade Jail. Die Pornomatrix, ja, anstatt, dass du irgendwie in so einer Matrix da sitzt und irgendwie den Maschinen Energie spendest, sitzt du halt beim Chinesen im Keller und filterst Pornos. Und ich, ganz ehrlich, ich finde das irgendwie eine völlig abstruse Idee. Aber die Frage nach dem Ziel ist ja trotzdem berechtigt. Der Helm, der, was soll am Ende sozusagen bei rauskommen? Der Helm lernt oder merkt anhand bestimmter Gehirnströme, die er misst, da ist gerade irgendwas Pornografisches gelaufen und das registriert er vielleicht sogar besser als derjenige, der es guckt, weil der das sich erstmal irgendwie bewusst machen muss. Und dann wird der, ist der Helm, ist das, was der Helm dann misst, dann sozusagen maßgeblich dafür, was dann zensiert wird oder was? Zumindest in diesem Versuch. Also glücklicherweise ist es bisher an der Uni ein Experiment gewesen. Ist also das Ziel quasi, dass ich meine tausendmannstarke Pornopolizei mit diesen Helmen ausstatte. Die müssen einfach nur noch gucken, sich aber keine Gedanken machen. Und der Helm letztlich… Der Helm trifft die Entscheidung. Trifft die Entscheidung und sorgt dafür, dies wird verboten und das nicht. Genau, also bevor ich jetzt irgendwelche, bevor jetzt hier der Gedanke von bösen Chinesen hier aufkommt, letztendlich Facebook und Co. machen es ja genauso. Da sitzen ja auch irgendwelche schlecht bezahlten Leute in einschlägigen Ländern, die irgendwelche Gewaltinhalte rausfiltern müssen oder sich das Zeug da reinziehen. Da gibt es ja eine ziemlich gute Arte-Doku, haben wir nicht. Die hat der Henk doch zuletzt auch mal erwähnt oder in so einem Nebensatz. Die müssen doch selber entscheiden und das ist ja auch eine Software. Genau, die müssen selber entscheiden. Das ist ja, glaube ich, das Belastung, dass sie sich das angucken. Nee, wäre vielleicht mal eine Idee. Aber ganz ehrlich, mit Helm oder ohne, das ist doch, weiß ich nicht, willst du unter so einem Helm hocken und dann da so sozusagen als halbe KI missbraucht werden? Ich weiß es nicht. Ja, es ist irgendwie strange. Ja, aber Wahnsinn. Das ist also die Pornopolizei. Das ist die Pornopolizei. Du hast dir jetzt irgendwie Ballermann oder hier Laila vorgestellt und jetzt sind wir wieder in so einer Dystopie gelandet. Nee, nee, aber es sind immer wieder diese Themen, die bei uns hochkommen. Und ich habe mir aber vorgestellt, Pornopolizei mit neuen Helmen, wie bei Spaceballs, Lord Helmchen, mit so einem Riesending da irgendwie. Aber das könnte ja tatsächlich sein, wenn da so viel drin verbaut ist. Ja. Nee, ich habe was total Asexuelles, eher ins Gegenteil. Es geht nämlich um die Lebenserwartung. Ist das so eine Frage, die euch beschäftigt? Wie lange lebe ich wohl noch? Also habt ihr das euch mal gefragt? Wir sind ja jetzt alle sozusagen in der Lebensmitte, außer Prollo. Ja, wobei, je nachdem, wie es läuft. Du weißt ja nicht, wann die Mitte ist. Richtig. Deswegen. Ja, man fragt sich das schon so mal, aber das ist kein großes Thema, würde ich sagen. Ja, bei mir schon, weil ich jetzt ja inzwischen beide meine Eltern verloren habe. Und du kannst ja sagen, meine Mutter ist 63 geworden. Das ist schon in greifbarer Nähe bei mir. Also es sind schon noch ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ein bisschen ist noch. Aber das ist schon verdammt jung. Und mein Vater, der ist ja 77. Ja gut, das würde ich auch mitgehen. Das ist okay. Aber man fragt sich das ja auch, was lohnt sich da jetzt noch? Also immer dieses Streben nach Sicherheit, das Streben nach irgendwas für später und so. Je älter ich werde, desto mehr geht mir das irgendwie ab. Und das ist auch durch den Tod meiner Eltern tatsächlich so ein bisschen. Ich dachte so, ey, du musst aber gucken, dass du auch im Hier und Jetzt nicht zu kurz kommst. Weil man weiß ja nicht, wie lange man ist. Aber, ich sage das ja nicht ohne Grund, jetzt haben internationale Forscher einen ganz leichten Test herausgefunden oder einen Zusammenhang mit einem ganz leichten Test und der Lebenserwartung. Und das ist tatsächlich das Stehen auf einem Bein. Hat da jemand Probleme mit von euch, länger als zehn Sekunden auf einem Bein zu stehen? Ja gut, wenn ich das nicht könnte, wäre beim Duschen ein bisschen schwierig, aber… Beim Duschen? Ja, du musst ja auch irgendwie die Füße waschen. Ach so, ja, ich bücke mich einfach. Also ich dusche alleine zum Glück. Und bleibst dann auf beiden Füßen stehen oder wäschst du dir die nicht von unten. Ach so, ja gut, aber ich habe euch mir so vorgestellt, du stehst ja wie so ein Flamingo und ziehst dir den Fuß bis unter die Kinn oder so. Der Ben hat schon Seniorengerecht. Nee, was ist denn mit diesem Test? Mit so einem Hocker. Genau, also, was haben sie gemacht? Sie haben, ich weiß nicht, so anderthalb tausend, jedenfalls eine riesengroße Gruppe, 1700 Leute, haben sie untersucht, verschiedene Tests gemacht. Und einer dieser Tests war auch das Stehen auf einem Bein. Und die Leute, die da Probleme hatten, auf einem Bein mindestens zehn Sekunden und länger zu stehen, also denen das nicht gelang, die hatten ein um 84 Prozent erhöhtes Risiko innerhalb des nächsten Jahrzehnts an irgendeiner x-beliebigen Ursache zu sterben. Also das war jetzt nicht gemünzt auf Hirn, Herz, sonst was, sondern irgendeine Todesursache von den Big Three war es dann in der Regel. Das haben die, wie gesagt, schon vor einigen Jahren natürlich dann mal angefangen. Und das auch bereinigt nach Alter, Geschlecht und Body Mass Index, also nicht nur die Dicken, die das nicht konnten, sondern auch wenn die das bereinigt haben, also Geschlecht rausgerechnet, Alter und BMI, dann ist es immer noch so gewesen, dass die Menschen, die nicht länger als zehn Sekunden auf einem Bein stehen konnten, früher gestorben sind als die anderen. Tja, also liebe Zuhörende, jetzt nach dem, nach der Sendung mal direkt ausprobieren. Ich hoffe, ich hoffe, Hashtag, Hashtag Einbein, Einbein at Benanza, da könnt ihr jetzt einfach mal gucken, wie lange ihr noch so auf der Uhr habt. Ja, ich habe es gemacht tatsächlich, ich habe den Artikel gelesen und ich habe das so ein bisschen mit zitterigen Beinen dann erstmal links wie rechts, mein linkes Knie ist ja am Arsch, und da habe ich eh so ein bisschen Gleichgewichtsproblem. Oh, das ist aber unbequem. Ich habe es aber geschafft, also ich bin nicht umgefallen, zum Glück. Na, dann ist ja gut. Ich habe noch ein bisschen hier. Ja. Ja, also liebe Zuhörende, probiert es aus, schildert uns eure Erlebnisse von zehn Sekunden auf einem Bein. Und wenn ihr unter zehn Sekunden noch kommt, tragt euch schon mal in die Liste ein, wir schicken Blumen. Ja. Ja, ich meine, das ist ja immer wieder interessant, was so die Wissenschaft herausfindet, und da will ich ja auch. Hilft dir aber letztendlich auch nicht weiter, oder? So. Nein, aber es könnte dich ja zumindest, wenn du das jetzt, wenn du jetzt einfach das voll nicht hinkriegst mit dem Einbeinigen stehen, könntest du ja vielleicht mal einen Arzttermin machen. Manchmal kann mir auch noch was dagegen tun. Wenn ich nur noch ein paar Jahre habe, da fahre ich doch nicht auch noch mit Sport an. Ein Arzttermin, erstmal nach Ursachen gucken. Party machen. Ja, nee, das wäre kein Sport, man hat ja keiner gesagt. Ja, nee, gut. Okay, so viel der Vorrede, kommen wir jetzt zum Höhepunkt des Abends, dem Quickie von Herrn Sommer. Also, man bedenke, der Alarm ist irgendwie schon in Vergessenheit geraten, und jetzt kommt jetzt der Quickie. Das war doch gestern, oder? Was war gestern? Der Alarm, ja, wo kam der überhaupt? Ja, also, ich finde, es ist eine sehr skurrile Geschichte, die ich hier mitgebracht habe. Vielleicht sagt ihr auch am Ende, da habe ich schon hundertmal gehört, aber es ist zum wiederholten Male innerhalb von kürzerer Zeit ein Schiedsrichter nach einem Fußballspiel angezeigt worden. Ach, das kenne ich tatsächlich schon, ich bin jetzt ruhig. Du bist jetzt ruhig. Und auch nicht wegen ausuferndem Bartwuchs. Und du, als Fußball-Experte, der du nicht bist, sagst jetzt mal, wieso. Angezeigt, weil der hat sich versehentlich, die Karte haben die immer hier oben, nicht in der Hosentasche. Die rote meistens im Hintern. Ach so, vielleicht hat er sich versehentlich blankgezogen. In den falschen Hintern gefasst. Ja, hier oder hier. Ja, das vielleicht ist auch möglich, aber vielleicht hat er versehentlich, nee, das wird es wohl nicht gewesen sein. Nein. Ja, weswegen, was macht denn so ein Schiedsrichter groß? Der läuft da rum und pfeift. Vielleicht Lärmbelästigung oder so. Lärmbelästigung ist nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht, Polo. Es ist nämlich so gewesen, der eine Schiedsrichter ist sogar schon strafrechtlich verurteilt worden, weil er einem Spieler aus 30 Zentimeter Entfernung volle Möhre ins Ohr gepfiffen hat. Also was heißt volle Möhre? Er hat ihm wahrscheinlich so, wie er normalerweise auch pfeift, ins Ohr gepfiffen, aber eben aus 30 Zentimeter Entfernung. Er hat, glaube ich, so wie er normalerweise auch pfeift, gepfiffen, nicht ins Ohr, aber er war halt dummerweise das Ohr von dem Typen in der Nähe. Ja, nee, dummerweise, das wäre ja dann einfach irgendwie sozusagen Pech gewesen, sondern das war wohl Absicht. Okay. Es war wohl Absicht. Es gab irgendeine Situation auf dem Spielfeld. Es gab auch irgendeine Rudelbildung. Der Schiedsrichter ist dahin und der Betroffene sagt, er geht davon aus, dass der ihn irgendwie disziplinieren wollte. Aber erreicht hat er damit, dass der einen Tinnitus zweiten Grades hat seither, weshalb der, das finde ich bemerkenswert, immerhin 80 Arbeitsstunden und zweieinhalbtausend Euro Strafe gekriegt hat, der Schiedsrichter dafür. Das finde ich bemerkenswert. Aber dieses Werkzeug, das ist ja sein Werkzeug, die Pfeife, da steht sogar auf der Packung drauf, dass man mindestens einen Meter Abstand halten soll, bevor man da rein flirtet, rein pustet, weil das ein Lärmpegel von, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Maximum ist, das ist 115 dB, Dezibel, das ist nicht wenig. Also immerhin hier hat der eine Kerl hier einen Tinnitus gekriegt. Die zweite Geschichte ist sozusagen noch offen, da läuft ein Verfahren, das ist im Frauenfußball passiert. Da wird man sehen, wie es ausgeht. Aber ich fand, das bemerken Sie ja, normalerweise ist es ja so, der Schiedsrichter kriegt im Spiel auf die Mappe, geht zu Boden und der Spieler kriegt die Anzeige. Hier ist es umgekehrt, der Schiedsrichter ist der Übeltäter und ist sogar verurteilt worden. Und das muss ich sagen, ganz zu Recht, den Tinnitus wird der wahrscheinlich sein Leben lang nicht los. Das ist nicht schön, jeder, der einen hat, der weiß, wovon ich rede. Und insofern, ja, irgendwie schon eine skurrile Geschichte. Ja, dann vielen Dank dafür, weil ich hatte die Geschichte auch angelesen für die letzte Sendung, die dann ausgefallen ist, aber offensichtlich nicht gut genug, weil ich habe das so mehr unter dem Motto, wie bescheuert ist das denn dem, der nur seine Tätigkeit nachgeht, dann auch noch zu verurteilen. Weil ich davon ausging, der hat halt laut gepfiffen, war vielleicht ein großes Organ, das war vielleicht auch so ein bisschen kräftigerer Typ, da war ein Foto in dem Artikel, den ich gesehen habe. Und irgendeiner hält halt die Fresse in den Weg und kriegt es dann halt ins Ohr. Aber wenn er das natürlich vorsätzlich dem so disziplinarisch in die Ohrmuschel ballert, hat er es halt auch echt verdient. Ja, in der Tat, das ist jetzt hier noch ein Aspekt dieser Geschichte, ein Nebenaspekt, der Spieler, der hat tatsächlich richtig Anfeindungen gekriegt, weil die Leute das wahrscheinlich auch eher so interpretiert haben wie du. Ja, der ist richtig angefeindet worden, aber der sagt, es ist Schwachsinn zu glauben, dass nun Schiedsrichter bei jedem Pfiff Angst haben müssen, angezeigt zu werden. Denn wenn die Unparteiischen sich korrekt verhalten, müssen sie auch keine Konsequenzen fürchten. Und da hat er nach allem, was hier so drinsteht und der Sachverhalt war wohl auch unstreitig in der Verhandlung, hat er wohl recht, würde ich sagen. Ja. Ja. Wie ist das? Super. So viel zum Fußball. So viel zum Fubbis. Und ich hoffe ja sehr, dass wir als kleinen Ausblick dann in der nächsten Sendung, die wieder regulär entweder in einem der Holes hier stattfindet, vielleicht gehen wir mal in den Prolo-Puff oder sonst woanders hin, gerne auch wieder in Benanza-Bus, die wird regulär sein. Und dann vielleicht als kleinen Teaser, wir sind ja immer gut im Teasern und gucken, was wir dann davon tatsächlich schaffen. Ende August wird es ein Wiederhören mit dem häufig zitierten Hank Frank Schrader, unserer Schnupfnase mit cineastischem Mastermind, geben. Und zwar am Lagerfeuer. Das haben wir ja schon so häufig jetzt hier erwähnt. Und wir haben jetzt einen Termin, haben einen Termin am Lagerfeuer und ja, da freue ich mich drauf. Und wenn alles normal läuft, liebe Zuhörende, dann findet der wie immer nicht statt, gibt es wieder irgendeine Absage. Ja, könnte aber auch sein, dass es klappt. Also bleibt uns wohlgesonnen und schaltet wieder ein, wenn es heißt, voll in die Presse der Supermedien-Podcast und was ihr auch alles da reininterpretieren wollt. Das war eine Freude, auch zu dritt, glaube ich, seit anderthalb Jahren die erste Sendung, die wir wieder zu dritt gemacht haben. Also es haben echt, haben es echt lange gestemmt gekriegt, aber harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Und in diesem Sinne verabschiede ich uns für heute. Macht es gut. Tschüss dann. Tschö, tschö. Tschö, tschö.